Emmanuel de Graucy, Marquise de Graucy war ein französischer General, Marschall und Peff von Frankreich und Napoleons letzter Marschall, Leben. Graucy trat 31. März 1780 in die Straßburger Artillerieschule ein und diente in Kavalerie, Dragoner und Husarne-Regimentern. Am 7. September 1792 wurde er General und kämpfte in der Armee des Südens bei der Eroberung Savoyens. Im Frühjahr 1793 entsetzte er Nantes, zog sich dann aber aus der Armee zurück, als der Konvent das Dekret erließ, dass alle Adligen aus der Armee und den Staatsämtern entfernt werden sollten. Acht Monate später, wieder im Militärdienst, wurde er Generalstabschef der Westarmee unter General Hausche, bekämpfte den Bürgerkrieg an der Leure und stach am 15. Dezember 1796 mit 18.000 Landungs-Truppen in See zur unglücklich verlaufenden Landungsexpedition in Irland. Zurück kam er letztlich 1798 zur italienischen Armee, die unter General Schubert stand und wo er wegen seiner Erfolge vom Direktorium zum General-On-Chef der Truppen im Piemont und Verwalter dieser Region, ernannt wurde. In den folgenden Kämpfen erzielte er anfänglich Erfolge, wurde aber bei Pasturana aus 14 Wunden blutend gefangen genommen und erst ein Jahr später ausgetauscht. Im Juli 1800 wurde er zur von General Moro befehltigten Rhein-Armee kommandiert und zeichnete sich neben Ney in der Schlacht bei Hohenlindem am 3. Dezember besonders aus. Nach dem Frieden von Luneville wurde er Generalinspektor der Kavalerie, fiel aber bei Napoleon in Ungnade. Als er sich im Prozess gegen Moro für diesen engagierte, so dass er lange Zeit inaktiv bleiben musste. 1805 bekam er das Kommando über das 2. Cor der Grande Armee und nahm an den Gefechten bei Wertigen, Günzburg und Ullenthal. 1806 führte er eine Division Dragoner, mit der er in Berlin am 25. Oktober einzog. Bei den folgenden Kämpfen, an denen Grautschi stark beteiligt war, kapitulierte am 28. Oktober das preußische Hohenloische Chor und am 6. November die Stadt Lübeck. Im Feldzug von 1807 führte er 4.000 Reiter in die Schlacht bei Eilau, von denen abends nur 1.200 übrig waren. In der Schlacht bei Friedland fand er weitere Anerkennung. 1808 wurde er Gouverneur von Madrid und ging massiv gegen den Aufstand vom 2. Mai vor. 1809 in der Armee von Italien kämpfte er in der Schlacht an der Piave und traf mit seiner Division als Erster in Graz ein und besetzte die Stadt, nahm jedoch nicht an der folgenden Belagerung der Grazer Schlossbergfestung teil, besiegte Erzherzog Johann mehrfach und nahm an der Schlacht bei Vagram teil. Im Russland-Feldzug war er der Erste, der den DNR passierte. Er kämpfte bei Smolensk und in der Schlacht an der Moskwa, wurde dort aber schwer verwundet. In weiteren Gefechten zeichnete er sich so aus, dass Napoleon ihn zum Kommandeur des Bataillons Heckere ernannte, welches nur aus Offizieren bestand und für den persönlichen Schutz Napoleons aufkam. Als er zurück aus Russland kein Kommando über ein Infanterikor erhielt, quittierte er am 1. April 1813 den Dienst. Als der Einfall der Alliierten in Frankreich drohte, but er sich dem Kaiser wieder an und erhielt am 25. Dezember sein Patent als General und Chef der Kavallerie. Nach Erfolgen wie Z.B., dem Zurückdrängen des Generals von Kleist bei Wauchems, wurde er bei Creone am 7. März 1814 so schwer verwundet, dass er die Armee verlassen musste. Als Napoleon aus Elba zurückkehrte, übernahm Grouchy wieder militärische Kommandos, wurde zum Pär von Frankreich ernannt. Und er erhielt nach den Kämpfen bei Charleroi und Gilly den rechten Flügel 50.000 Mann der Armee, die Napoleon nach Belgien führte. Seinen Auftrag Blücher zu verfolgen und zu schlagen, verfolgte er so strikt, dass er nicht nach Waterloo älte, wo Kanonendonner zu hören war. So unterstützte er Napoleon nicht und suchte Blücher vergebens, der schon längst in Waterloo eingetroffen war. Er wurde mit seinen 40.000 bis 50.000 Mann in der Schlacht bei Wavre gegen das 3. Armeekorps der preußischen Armee gebunden. Der dadurch fehlende Entsatz für die Schlacht bei Belle Alliance gilt als mitverantwortlich für den entscheidenden und endgültigen Sieg der 7. Koalition. Als Napoleon zum zweiten Mal abdankte, wanderte Grouchy nach Philadelphia, USA aus. Er verlor vorübergehend seine Titel, kam im Jahre 1821 aber nach Frankreich zurück, wo er am 29. Mai 1847 in Saint-Étienne starb. Ehrungen Sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 4. Spalte eingetragen Veröffentlichungen Observations S.U.L.A. Relation de la Campagne d. 1815 Publi y Pali General Gurgout, Philadelphia 1819, Memoirs du Maréchal de Grouchy, 5b.de, Paris 1873 zu 75